Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus meiner TeamSpeak 3 Tutorial Serie. Mein Name ist Matthias, sonst auch mit Mettingland und dieses Mal möchte ich etwas spezieller eingehen auf das Thema, wie kann ich es auf meinem Server so einrichten, dass sich TeamSpeak automatisch hochfährt, wenn sich mein Root-Server neu startet. Ich hatte bereits ein Tutorial dazu, wie man das generell für irgendwelche Linux-Programme macht und habe dafür einen Minecraft-Server als Beispiel benutzt. Jetzt möchte ich das Ganze einmal explizit für TeamSpeak machen und euch einmal genau zeigen, wie man so ein kurzes Skript schreibt, beziehungsweise ich werde euch eins zur Verfügung stellen und zeigen, wie man auf Debian, das wird wahrscheinlich nicht auf anderen Versionen von Linux funktionieren, aber wie man das darauf quasi in den Autostart packt. Gut, was wir dafür einmal brauchen, ich benutze Putty als eine SSH-Konsole und WinSCP als FTP-Programm. Wo ihr das herkriegt, das findet ihr in der Beschreibung und ich empfehle euch auch wirklich WinSCP zu benutzen, denn ich habe Rückmeldungen gekriegt bei meinem anderen Video, da haben Leute Probleme gehabt mit dem Editor quasi von Valzilla, das wird ja sonst häufig benutzt, dass das auf Linux gewisse Probleme macht, weil Zeilenumbrüche werden auf Windows anders dargestellt als auf Linux und dementsprechend, wenn ihr einen Windows Text Editor benutzt, kann es durchaus sein, dass der von Linux nicht erkannt wird. Also bitte benutzt den hier, der ist sehr gut, der ist sehr kompatibel, könnte man auf jeden Fall sagen. So, ich bin jetzt hier in meinem TeamSpeak 3 Hauptverzeichnis und ihr werdet hier drin ein TeamSpeak 3 Start-Skript haben. Wenn wir das einmal aufmachen, dann sehen wir sofort, dass wir hier unten drin ein Skript haben oder in diesem Skript haben wir eine Start, eine Stop und eine Restart-Funktion. Dann gibt es noch Status und das war es eigentlich, das hier unten, das ist für alles andere. Das Wichtige ist halt, wir haben hier drin ein Start und ein Stop und das müssen wir auf jeden Fall integrieren in unserem Skript, was wir uns jetzt schreiben werden. Das ist jetzt egal, wo ihr das hinmacht, ich werde mir das erst einmal hier reinschreiben. Ich nenne das einmal ts3boot.sh. Wie ihr es nennt, ist auch wieder mal egal. Und alles, was ich hier jetzt reinschreiben werde, das ist im Endeffekt, wie ich meinen TeamSpeak Server starten und stoppen kann. Alles andere ist irrelevant. So, dann schreiben wir hier jetzt unser Skript rein. Als erstes, dass er eine Shell benutzen soll. Also ich möchte den Code so grob erklären. Ihr müsst ihn nicht unbedingt verstehen, aber ich möchte euch zeigen, wie man so ein Skript grob macht. Was wir hier verwenden für eine Sprache, das ist Bash, steht für Born Again Shell. Das ist also eine Shell. Also quasi sind die Befehle, die wir auch hier in unser Terminal reinschreiben können. So, dann schreiben wir jetzt hier hin, Case One, das ist ein Dollar, in. Wir brauchen einen Start. Und ich würde ganz gerne haben, dass er als allererstes mal in unser Verzeichnis wechselt. Also das ist bei mir, Querstrich Home, Querstrich TeamSpeak 3 Server Linux. Ich habe zum Beispiel die x86 Version, das könnte bei euch abweichen. Das könnte eine AMD 64 Version sein. Oder ihr könntet hier noch einen Benutzernamen stehen haben. Und anschließend möchte ich, dass er ein Screen benutzt. Ne, ich möchte nicht, dass er ein Screen benutzt. Tut mir leid, das ist beim Run Script. Und dann soll er auch schon machen, Punkt, Querstrich, TS3 Server Start Script.sh. Das kopiere ich mir hier einfach mal rein. Also er soll das Ding ausführen mit dem Parameter Start. Alles andere brauchen wir nicht, denn wie er sich dann starten muss, das ist hier in diesem Skript ja schon geschrieben. Und ich möchte einen Stop definieren. Das tue ich, indem ich schreibe. Ebenfalls wieder in das Verzeichnis wechseln. Also das hier kann ich übernehmen. Und nun Punkt, Querstrich. Aber jetzt nicht Start, sondern natürlich Stop. Und das soll auch schon reichen. Nur, eine Sache möchte ich jetzt gerne noch machen. Einen TS-Server als Root auszuführen, ist eine gravierende Sicherheitslücke. Bitte achtet darauf, dass ihr diesen als einen anderen Benutzer ausführt. Nun natürlich, wenn der Server bootet, dann könnt ihr jetzt nicht sagen, ach, übrigens fülle das Skript bitte mit dem Benutzer aus und das mit dem. Das müssen wir hier noch reinschreiben. Und das tun wir über den SU-Befehl. SU, mein Benutzer heißt jetzt zum Beispiel mal Host. Der könnte, oder sagen wir mal TS3, wenn der Benutzer TS3 heißt. Und dann schreibt er hinterher ein minus C, steht für Command. Und das ist der Befehl, der als Benutzer TS3 ausgeführt werden soll. Da schreiben wir auch hierhin SU TS3 minus C und das. Nun, das ist unser fertiges Skript so gesehen. Wir müssen hier unten noch einmal den Case beenden und ein Exit 0 ausgeben. Das bedeutet, dass das Programm fehlerfrei beendet wurde. Wir brauchen jetzt, also man könnte jetzt hier drin, einfach um das etwas standardmäßiger zu machen, was wir so gesehen nicht brauchen, noch eine Fehlermeldung quasi zurückgeben. Falls es nicht mit Start oder Stop geschrieben wird, das ist nicht notwendig. Ich mache es trotzdem mal ganz kurz. Was das macht, ist, es gibt eine Ausgabe. Das ist der Skriptname. Und dann, also da würde dann stehen, Punkt, Querstrich, TS3-Boot.sh, weil so die Datei heißt. Start, Stopp, Restart habe ich gar nicht definiert. Also das sagt, welche Möglichkeiten es gibt. So, und dann kommt da natürlich noch ein Exit 1. Das bedeutet, da ist ein Fehler aufgetreten und wir beenden das noch. Super. Nun haben wir das Skript fertig. Ich kann es schließen. Und wenn ihr es testen möchtet, könnt ihr das gerne tun mit einem... Erstmal müssen wir es ausführbar machen. Dafür gehe ich einmal in den Ordner rein. So. Und ein crmod plus x auf den TS3-Boot.sh. Nun ist es ausführbar. Ihr könnt es jetzt ausführen mit TS3-Boot.sh, Start oder Stopp. Das möchte ich allerdings nicht tun, weil ich bereits einen anderen TeamSpeak-Server am Laufen habe, in meinem Host-Ordner. Dementsprechend werde ich dies nicht ausführen. Aber nun kommen wir zum eigentlichen Teil. Wir möchten, dass dieses Skript nun automatisch bei dem Systemstart ausgeführt wird. Dafür müssen wir einmal in den Ordner etc. init.d, wenn ich ihn empfinde. Und wir müssen unser Skript hier rein verschieben. Das tun wir, indem wir schreiben, cp für Copy, den Namen unseres Skripts, TS3-Boot.sh und das Ziel, querstrich home, äh nein, querstrich etc, querstrich init.d. Nun sollten wir das hier drin finden. Hier drin ist jetzt nun TS3-Boot.sh. Und wir müssen es nun noch in die sogenannten Debian-Run-Levels eintragen. Was genau das ist und wie das funktioniert, darauf möchte ich jetzt nicht in allzu viel Detail eingehen. Ich sage nur, Debian hat verschiedene Sequenzen, sage ich mal, Start- und Stopp-Sequenzen. Und deshalb müssen wir oben nun noch eine kleine Eingabe machen. Ich werde mir das einfach von anderen Skripts kopieren, weil ich das jetzt nicht aus dem Kopf weiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sogenannte Init-Info. Die wird einfach unter den bin.sh gepostet. Hier oben Provides, also was stellt dieses Skript zur Verfügung. TeamSpeak 3-Server schreibe ich da mal hin. Das könnt ihr benennen, wie ihr wollt, solange ihr da halt was reinschreibt. So, Required Start und Required Stopp können wir leer lassen. Und als Start benutzen wir 2345 und als Stopp 016. Ich möchte jetzt nicht genau erklären, was das ist und wie das funktioniert, weil das wirklich sehr tief in die Materie geht. Ihr könnt dies aber gerne nachlesen, wenn ihr mal Debian-Run-Levels googelt. So, da werdet ihr ausführliche Dokumentationen zu finden und dort wird genau drin beschrieben, wie es funktioniert. Nun fehlt nur noch ein einziger Befehl. Ein Update-Befehl. Und zwar müssen wir noch einmal kurz schreiben. Update-RC.d Das bedeutet, wir wollen jetzt die Run-Levels updaten. Und zwar möchten wir folgendes Skript updaten. Das ist das TS3-Boot.sh. Und wir möchten es die Parameter Defaults geben. So. Jetzt ist das einzige Problem, dass ich bereits ein anderes Skript, ich habe für meinen Root-Server bereits ein Skript geschrieben, was Teamspeak stellt. Ich habe hier bereits irgendwo ein Teamspeak-Skript drin. Hier ist es. Und er merkt jetzt nur, dass es bereits ein Skript gibt, welches Teamspeak-Server zur Verfügung stellt. Andererseits sollte das Skript aber soweit in Ordnung sein. Und nun würde mein Server, wenn ich ihn runterfahren würde, automatisch den Teamspeak-Server stoppen. Und wenn ich ihn hochfahren würde, den Teamspeak-Server wieder starten. Das mit dem Stoppen, das kann des Öfteren sehr, sehr wichtig sein. Denn ihr werdet feststellen, dass es Programme gibt, wie beispielsweise Minecraft, wenn der Server nicht richtig runtergefahren wird, sondern einfach der Prozess verschwindet. Dann könnt ihr das Problem haben, dass ihr riesige Rollbacks habt und so weiter, dass einfach Daten fehlen. Und die meisten Programme speichern nämlich beim Runterfahren noch einmal. Und wenn der dann nicht speichert, sondern einfach den runterfährt, dann könnt ihr halt wirklich beschädigte Datenbanken haben. Also wäre es allein deswegen oft schon sinnvoll, sich so ein Skript zu schreiben. Und die meisten Server stellen, also die meisten Programme, sage ich mal, die stellen einem ja schon fertiges Skript im Endeffekt. Jetzt bei Teamspeak war ja schon ein Teamspeak-Start-Skript, ein Server-Start-Skript vorhanden. Und alles, was ich machen musste, ist, ich musste das in meinem Skript noch einmal aufrufen. Also ich habe einfach das Skript aufgerufen mit Parameter Start bzw. aufgerufen mit Parameter Stop. Diese beiden Parameter müssen vorhanden sein. Wenn es kein Start und kein Stop gibt, funktioniert es nicht. Und vor allen Dingen muss das Skript funktionieren. Also wenn ihr hier ein fehlerhaftes Skript reinbaut, reinsetzt, dann selbstverständlich wird der euren Server nicht hochfahren. Na gut, ich denke mal, das sollte alles soweit klären zur Sache Teamspeak mit dem Root-Server zusammen hochfahren. Daher würde ich mich jetzt hier erst einmal bedanken bei euch, dass ihr wieder zugeguckt habt bei meinem Video. Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, um ein paar Sachen loszuwerden. Einmal möchte ich mich entschuldigen, dass es in letzter Zeit so wenig Videos von mir gibt. Das liegt einfach daran, dass meine Klausurphase jetzt im Endeffekt anfängt und ich sehr viel zu tun habe für die Uni. Naja, ich hoffe einfach, dass euch das Video gefallen hat. Falls dem so ist, bitte gebt mir doch Feedback mit einem Daumen hoch. Erstmal generell, ich freue mich über jedes Feedback. Ob es ein Daumen hoch oder ein Daumen runter oder ein Kommentar ist oder ein Abo. Einfach, dass ich weiß, ob euch das Video gefallen hat. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben mit von wegen, das Video fand ich jetzt nicht so toll. Solange ihr mir da kurz eine Begründung drunter schreibt zum Beispiel, ich fand das nicht so gut erklärt, dann bin ich da trotzdem sehr froh drüber, einfach weil ich eine Rückmeldung kriege und einfach weiß, wie ich es nächstes Mal besser machen kann. Also bitte schreibt mir einfach irgendetwas da drunter, was halbwegs konstruktiv ist. Da wäre ich euch auf jeden Fall sehr dankbar. Nun gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich darf euch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Bis zum nächsten Mal.